So, und jetzt kommt so eine riesen Kreatur, die ich ganz schön eklig finde. So eine riesen Krake. Offenbarungen. Ich finde es ganz gut für unseren hier, für den Wackenplatz. Oh, krass ist das so. Ist das eine riesen Krake. Gott, wie soll ich das hinmachen? Du meinst ein Parasit? Kontrolliert ihr Feldlos? Verflucht. Das soll, das soll ein riesen Parasit sein. Krass. Jetzt weiß ich auch, warum die Leute so geworden sind. Durch dieses Ding nämlich. Du meinst, das Ding hat... Verdammt, und was jetzt? Das, glaube ich, ja. Ja. Ich habe Munition für euch. Oh ja, danke. Nur das. Munitionspaket. Raketenwerfer. Ah, ich blöcke erst mal. Das Ding zuerst. Ah ja. Raketenwerfer. Oh ja. Das Ding. Mittel tres. als Ah, ich verstehe. Das trifft. So, Heilung mitnehmen. Scheiß. Irgendwelche Körpermesser da schmeißt. So, Heilung mitnehmen. So, Heilung mitnehmen. So, Heilung mitnehmen. Ja, so. Das war's für heute. 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 Yeah. Das war's für heute. 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 Boah. 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 Was ist das? So, wie viel hast du eigentlich? Wie viele Arme? Infiziert von den kleinen Parasiten. So, wie viele Arme? 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 Genau in hier, mit Terra Gritia.